Also die Ballführung zuerst, weil immer in der Handfläche drin halten, wie ein Teller, niemals von oben greifen, sondern immer in der Hand drin, egal wo man den Ball führt, immer auf der Hand drauf, vor, zur Seite. Das Gleiche zum Beispiel mit der Spirale, ein typisches Element, Spirale. Man dreht ein, bis es nicht mehr geht und führt dann nach außen. Mal von der Seite, an sie rein und aus.